Was muss ich jetzt machen? Geht doch. Funktioniert doch super. Äh, 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 nein, 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 das ist, das ist ein bisschen zu viel. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist der mittlerweile, glaube ich, zehnte oder zwölfte Versuch. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas im Dreh. Nee, weil es, äh, ist ein bisschen länger her, dass ich das letzte anständige Video hochgeladen habe. Ähm, ja, vielleicht habt ihr die letzten Beiträge auf meinem Kanal, äh, euch mal angeschaut. Das waren hauptsächlich Livestreams von Warzone, so Call of Duty Warzone. Und Minecraft war auch dabei. Minecraft einfach nur zum Entspannen und ein bisschen zu interagieren mit dem Chat. Und Warzone einfach mal so mit ein paar Freunden zu spielen. Ja, aber jetzt zu dem Video, wow, oder zu den Videos, mit denen ich jetzt wieder anfange. Momentan finde ich leider kein schönes Spiel, was für mich gut geeignet ist auf dem Markt. Deswegen habe ich mir überlegt, spielen wir heute mal PC-Building-Simulator. Ich meine, äh, ja, hier brauche ich hier nichts zu erklären. Ähm, ja, das ist mein Flur, das ist das Arbeitszimmer und mehr gibt es hier eigentlich nicht. So, ich habe natürlich schon mal ein bisschen ausprobiert, wie das so funktioniert und so. Ja, ähm, jetzt schauen wir mal hier in die E-Mails und dann sehe ich hier, reinigen Sie auch PCs? Ähm, ja, Staub reinigen würde ich sagen. Ja, mache ich gerne. Ja, überhitzter, defekter PC. Ja, was muss ich hier machen? Luftkühler ersetzen, Staub reinigen. Kann ich auch machen. Ähm, Aufrüstung für den PC meiner Tochter. Auf 16 GB RAM aufrüsten. Ja, Hilfe schnell, Viren beseitigen. Also, wie man sieht, man macht hier nicht nur Hardware, sondern auch Software. Ja gut, ich würde gerne wissen, welcher RAM. So 2 und 4 GB Speicherbänke in meinem PC. Ja gut, aber DDR3, DDR4 oder eigentlich, wenn es so komplex wie das Spiel wahrscheinlich ist. Ja, es gibt sogar mit Taktrate DDR4. Okay, wenn es hier gar keinen DDR3 gibt, dann bestelle ich doch einfach mal DDR4. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir hier den günstigen, würde ich sagen. Nehmen wir zweimal. Ja, zweimal. Hoffe ich. Dann habe ich schon mal den Arbeitssprecher. Ja, Luftkühler, da muss ich wahrscheinlich auch auf den Sockel aufpassen. Oder ich nehme einfach den. Ne, das ist ja Prozessorkühler. Ach, keine Ahnung. Ich warte erstmal, bis die PCs hier sind. Ähm, ja. Also, jetzt gehe ich mal zur Tür, verlasse die Werkstatt. Sieht man halt auch, was kommt. Bla, 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 bla. Dann beende ich mal den Tag, weil dann beginnen wir den neuen. Und dann sieht man hier, ah, PC da. So, dann nehmen wir uns mal den. Hier muss ich Viren beseitigen. Nehmen wir den mal auf. Bring den, bla, 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 mal hier hin. Setzen den ab. Äh, jetzt muss ich an diesem PC arbeiten. Kabel. Jetzt verbinde ich die ganz normalen Kabel. Also, einmal Stromkabel, HDMI, USB, also Maus und Tastatur. Ich glaube, das brauche ich nicht zu erklären, aber... Na gut. So, jetzt haben wir es angeschlossen. Jetzt starten wir den mal. Jetzt fährt er da hoch. Und, ähm, wenn das, kann ich ja mal hier die Teile auspacken. Das sind die Rahmenriegel. Perfekt. Äh, oben rechts sehen wir das Geld. Das sind 443 Dollar, die ich momentan habe. Empfang war ich sogar im Minus. Aber gut. So, Programm hinzufügen. Ähm, äh, ja gut. Ich muss hier Teile... Äh, was war das denn? Installieren. So, USB-Stick. So. Ja. Kann ich den da... Bitte, 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 bitte reinpacken. Ja, so. Jetzt habe ich den USB-Stick drin. Ramme. Äh, Virenscanner. Ja, ist eigentlich relativ simpel. Äh, also ich meine, äh, es ist auch realitätsnah gehalten. Ja, jetzt neu starten. Starten wir den PC mal neu. Das war ja einfach hier, äh, nur Scannen. Virenscanner, Betriebssystem laden. Und dann habe ich den eigentlich fertig. Und dann habe ich hier halt noch ein paar andere PCs. Ich glaube, mit denen kriege ich heute die Sendung auch voll. Äh, die, die Sendung, ich weiß nicht, das... Nehmt es mir bitte nicht böse. Aber das letzte Video ist halt schon echt länger her. Und man muss sich da erstmal wieder dran gewöhnen. So, Dateien säubern. Ja, perfekt. Ähm. Ja, ausschalten. Und dann PC aufnehmen. Vor allem, was lustig ist, ich brauche die Kabel nicht ausstecken. Ich kann ihn halt direkt aufnehmen. PC platzieren. Dann müsste ich ja hiermit fertig sein. Ja. Dann nehmen wir den Staub reinigen. Perfekt. Es wird lustig, weil... Jetzt gehe ich hier wieder dran am Arb. An's... Arbeit. So. Jetzt löse ich hier die Schrauben, damit ich die Seitenwand komplett abnehmen kann. Jetzt gehe ich auf Installieren. Nehmen wir Pressluft. Beziehungsweise Pressluft Spray. Also ich würde mir da lieber einen Kompressor kaufen als Pressluft Spray. Aber gut. Man sieht, es dauert halt etwas, aber... Ja. Ja. Den Lüfter noch ein bisschen sauber machen. Und dann... Ja. Staub reinigen. Sieht man jetzt hier. Ist grün. Ähm. Ach, jetzt muss ich den noch anschließen. PC-Lad-Betriebssystem. Ja. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Schießen wir den ganzen Schidde einfach mal hier an. Ja. Komm. Komm. Arrrr. So. Haben wir angeschlossen. Dann starten wir den mal. Und während der Starte können wir ja schon mal wieder PC-Teile. Nehmen wir uns die Seitenwand. Ich meine, die kann man natürlich auch weglassen. Die klaut man halt einfach dem Kunden. Aber das wäre, glaube ich, nicht so praktisch. So. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Dann nehmen wir den wieder auf und stellen den in den Flur ab. Ich weiß nicht. Also Staub sauber machen an meinem PC würde ich selber machen. Aber gut. Ich meine. Naja. So. Was will der hier? Luftkühler ersetzen? Staub reinigen? Ich glaube, ich habe den Luftkühler nicht. Ach, ja. Ich wollte erst mal wissen. Was für ein Luftkühler? Na gut. So. Seitenwand haben wir weg. Dann nehmen wir uns nochmal Pressluft. Ich meine. Müssen wir halt auch machen hier. Ah, das hat ja, das hat ja so ewig dauert. Ja. Ja, 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 ja. Dann machen wir es mal sauber und... Ah, herrlich, herrlich. So. Und jetzt soll ich den Luftkühler oder was? Was meint der denn mit Luftkühler? Meint der denn Prozessorkühler oder wie? Uh, schöner. Weil denn da steht Intel. Ja gut. Ja gut. Luftkühler ersetzen. Äh. Jetzt schaue ich hier mal. Ah, dann steht er auch kaputt. Das ist Thermal 100. Ja. Dann bestellen wir mal ein Thermal 100. Oh. Das war einer zu viel. 10 Dollar. Alter, 100 wollen die für denselben Tag. So, trifft morgen ein. Dann nehmen wir uns den PC und platzieren den erstmal nochmal hier. Und dann nehmen wir uns den PC. Und der wollte 16 Gigabyte Arbeitsspeichereien haben. Das klingt jetzt nicht schwer. In dem PC arbeiten. Bauen wir hier schön die Schräubchen raus. Achso, die Teile, die ich natürlich ausbaue, die darf ich natürlich behalten. Damit kann man natürlich auch ein bisschen Geld machen, wenn man sie vertickt. Oder, oh, da muss ich sogar die einzelnen... Na gut. Äh, die kann man natürlich verkaufen. Oder man behält sie im Inventar. Und... Äh... Äh, unter Festplatten gilt das nicht. Ja, zum Beispiel, die hatte ich mal getauscht. Und... Ja gut, ich mein, so teuer ist die jetzt... Also, so viel Geld kriegt man dafür auch nicht, aber... Ja, Speicher... Warum nennt man das eigentlich Speicher? Das ist Arbeitsspeicher und kein Speicher. So, dann nehmen wir uns den. Platzieren den dort rein. Öffnen da. Öffnen hier. Und installieren nochmal 8 GB Arbeitsspeicher. Ne. Ach, der schließt sie. Ja gut, stimmt. Und installieren wieder den... Seitendeckel. Jetzt steht schon mal rechts, dass wir ja 16 GB RAM installiert haben. Klingt auf jeden Fall schon mal... Ja, komm. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nehmen wir uns wieder die Kabel. Schließen es an, weil er muss ja das Betriebssystem laden. Und... So. Machen den an. Und er lädt, er lädt, er lädt. Dann haben wir es erreicht. PC lädt. Perfekt. Und wir nehmen ihn einfach so radikal ausstecken. So, äh... PC platzieren. So, dann habe ich schon mal 3 von 4 geschafft. Dann gehen wir nochmal in die E-Mails. Da gibt es bestimmt neue Aufträge. Rechner braucht Upgrade auf 8 GB auffristen. Ja, PCs reinige ich. So. Ach, ich muss erst mal auf Kassieren drücken. Ah. Na gut. Ich meine, das habe ich ja jetzt. Dann kann ich das verwerfen. Ähm. Ja, 8 GB Arbeitsspeicher. Bestell ich dann. Kassieren. Und Kassieren. Na gut. Neue Teile verwerfe ich einfach mal. Ich meine, das ist jetzt relativ unwichtig. Viren beseitigen. Habe ich. Achso. Ja, das hatte ich ja schon angenommen. Hatte ich auch gemacht. Ähm. Ja. Also wir machen die 8 GB noch. Und den Luftkühler. Und dann reicht das, glaube ich, auch schon mal für heute. Stell ich einfach nochmal einen... Ja, Arbeitsspeicher. 8 GB. Ja. Oder was haben wir denn im Inventar? Ich meine, das hier ist unser Lager. Daher gucke ich mal jetzt hier. Wir hatten eben... Ja gut. Das verticke ich. Ich weiß nicht, was ich mit 2 GB Arbeitsspeicher will. So. Entweder einmal 60 Euro oder zweimal 35. Einmal 60. Hätte ich auch mit der Bestellung von eben bestellen können. Ist günstiger dann. Aber... So. Jetzt habe ich den noch im Flur. Der Rest ist schon weg. Jetzt... Starten wir einfach einen neuen Tag. Und... Da sind die Teile. Perfetto. Was wollte der? Luftkühler ersetzen. Gut. Dann machen wir das einfach schnell. Oh. Das war der falsche Knopf. Und Inventar. Prozessorkühler. Und... Äh. Was muss ich jetzt machen? Geht doch. Funktioniert doch super. Äh. Nein, 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 nein. Das ist... Das ist ein bisschen zu viel. Äh. Ähm. Brauche ich da jetzt ein Kabel oder wie? Josef. Oh. Okay. Normalerweise ist doch... Egal. Egal. Vergesst, was ich gerade sagen wollte. Ich meine... Das, was ich eigentlich meinte, ist wahrscheinlich richtig, aber... Ich sag's einfach gar nicht. So, dann starten wir ihn, dass er das Betriebssystem lädt. Und dann warten wir, bis es grün leuchtet. Und... Perfekt. Klemmen ihn wieder radikal ab. So, dann haben wir den schon mal fertig. Nehmen uns den. Dann muss ich nochmal selber kurz schauen, was wir hier machen sollen. Äh. Äh. Und... Habe ich auf den anderen gerade eben noch den Seitenwand drauf gemacht? Äh. Ja, ja. Müsste ich doch. Heute ist einfach nicht mein Tag heute. Naja. Wie ist denn das Ding an? Das Ding an. Und das Stromkabel. Starten wir auch mal kurz. Und ich meine, dann können wir ja hier schon mal unter die E-Mails gehen. Dann gibt's hier neue für die nächste Folge. Das ist ja egal. Äh. Unvollständig. Ich hab doch tatsächlich bei dem. Ich hab doch hier echt... Ah, Mann. Herrlich, herrlich. Anscheinend kann man echt nur die Teile auch verbauen, die man bei dem PC auch benutzen kann. Wahrscheinlich werden die anderen Teile gar nicht gezeigt in dem Inventar. Aber sonst hätte mir ja eben die andere Rückseite auch gezeigt werden müssen. Aber gut. Zeit für den... Äh. Kassieren. Ja, kassieren. Und dann hab ich jetzt diese Folge fast... Oder... Ja, fast 1000 Dollar verdient. Perfekt. Dann löschen wir die E-Mails noch. Und... Dann haben wir hier schon mal ein paar Aufträge für die nächste Folge. Ähm, ja. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Und, äh... Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Lasst ein Abo da. Schaut bei meinem Instagram-Kanal. Instagram-Kanal. Schaut bei mir auf Instagram vorbei. Auf Twitter. Äh... Auf Twitch. Und... Auf Facebook. Und was es sonst noch alles so gibt. Und, äh... Ja. Dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.